herzukommen auf den glas stando gaming und heute schon mal wie ihr hier sehen könnt eine runde art survival die wolf dies war oder heute ist ein bisschen so die nacht hier zu überstehen heute ist es ein bisschen so irgendwie nach hier zu überstehen wir wollen außerdem auch gucken was nur ein bett machen das sind heute die ziele wir machen uns hier aber erst mal weil mir ist extrem kalt wie man da und sieht jetzt nicht mehr außerdem können wir ja mal kurz im inventar gucken ich hoffe wir werden einfach nicht haben wir nämlich ein problem haben wir eigentlich das aber auch hier Wenn wir hier mal kurz warten bis es rackt, wir brauchen Kippa und Eid. Kippa ist glaube ich Leder und Eid ist glaube ich Faser. Was? Mal kurz machen, wir können das machen. Ja voll, Entschuldigung. Kippa. Was ist Kippa? Ja schön, dass es eine Kipe ist. Braucht nicht. Okay Kippa, was ist ein Heid? Ist ein Heid Faser oder ist das dann Leder? Okay, jetzt wäre ich das nicht so weit hier rein. Ne, das ist dann Leder. Alles, wir müssen auf jeden Fall Dinos töten. Oder wir könnten einfach dort. Oh, ich sehe gerade da hinten ist ein Weg. Da könnten wir später hingehen, wenn es fach ist. Ich glaube, ich würde einfach sagen. Ich gucke mal kurz wie lange die Nacht ist. Aber das meint nicht hier. Ich. 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 Ich gucke mal kurz. , kleine Hausboi, reichun. Also wie lange ist esци. Und wie lange ist es? 4,5 Meter. Ok, rechnen wir das Ganze so, wir wissen das standardmäßig der Tag und der Nacht. 30 Minuten. Die Nacht wollen wir auf 5 Minuten haben, also 1 Meter 30 Minuten. 10, 7 Minuten. 15 Minuten ist das praktisch jetzt hier dunkel. Gut, dann würde ich lieber sagen, Leute, mache ich hier mal kurz einen kleinen Cut und wir sehen uns einfach wieder, wenn es parkt ist. Weil ich habe echt keinen Bock für in die Nacht umlaufen. Dadurch, dass ihr auch gerade gar nichts habt. Ich weiß nicht, ob es gerade sogar schon hier an die Nacht führt. Aber ich finde hier auch kein Dino. Hier ist halt auch kein Dino. Hier ist halt auch kein Dino. Wie die Dodos sind alle gekilfen. Haben die alle gekilfen? Ja. Ich warte auf jeden Fall bis es parken wird und mache dann hier einen Cut. Da hinten, da wo das da leuchtet, darüber. Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, das hier ist. Nein, das Belt, da hinten. okay wir sehen uns trägt ja so dann bin ich ja und es ist ein tag geworden gemacht oder was ich habe aber auch so ein behinderter euch denn dafür warum wird mir das eigentlich nicht mehr angezeigt wird angezeigt was ich dafür sind jetzt lager vorher da kennt blind ein stone 16 egal packen wir jetzt erst mal hier rein herren rein das hier rein gehen wir jetzt mal kurz hier dazu den komischen leuchten hin denn hier mit natürlich so wir müssen irgendwo auch tatsächlich nicht wundern wenn nicht ob das denn spätisch ist ach so äh was ist das 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 dass die wir haben werden wir sagen wir Das brauchen wir. Wir schwinden natürlich mal ausprobieren, ob wir hier so eine Schütze haben. Hey, was ist denn hier? Hallo Schülli! Ich muss hier weggehen, ich muss hier weg. Hilfe! Wenn das fliege noch in mir in der Erde. Guck ich hier irgendwas zu essen mit. Nee, jetzt habe ich. Sind wir dann die Schildkröte wieder hinkommen? Aua! Hilfe! Schildkröte, bitte! Nein, aus! Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Bären essen? Oh ja! Ja! Ja, doch! Irgendwas! Brauche essen! Ganz schnell essen! Ähm... Ähm... Nee, diese... Die! Äh... Okay! Machen wir hier... Ich brauche auf jeden Fall das Gleiche! Ich habe das Gleiche! Gut! Äh... Warte, was braucht man? Nochmal jetzt! Also man braucht... Blind! Blind! Steine habe ich! Dash! Ich hole jetzt mal 12 davon! Ah ne, das ist Flipper! Okay, ich brauche aber... Hey! Gut, dann... Brauche ich ihn mal kurz... Ich brauche nur noch einen Flint... Ich brauche nur noch einen Flint... Und Finn kriege ich da richtig... Schmei! Und dann auch was... Was hier kein blödes... Schülkrötenviech ist! Und jetzt ist diese eine Dings-Level... Ich habe Metall! Teil! Ich weiß, dass ich verhunger, Mensch! Äh... Mir fehlt irgendwas! Irgendwas fehlt mir hier! Geht hier! Das ist eine Unsicht! Ein Wind... Einfach! Ja, die... Ja, auch! Mhh! Im Inventar... So! Wach! 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 Schmeiß! Schnell zu... Auch... Viel! Oh! Ich bin wirklich am Brauchen an! Machen wir ihn! Ist ein Rein oder ein... Nee! So! Habe ich jetzt was bitte? Äh... Inventar... Hier! Hier! Ach! Ja! Ist gut jetzt! Ist doch! Gut! Haben wir irgendwo auch Folgendes! Ja, da... Mhh... Packen wir doch was da rein! Und das Fleisch... Ja! Vielleicht müsste das gleich schön brennen... Essen! Das Essen reicht hier nicht! So! Dann gehen wir gleich noch mal gucken, ob hier irgendwo... Ob hier irgendwo so ein blöder... Ob das Viech ist! Ach so! Das ist doch... Gute da! Ja! Essen geht... Auf jeden Fall wieder... Wasser! Sah eigentlich gut! Rotter! Ja! Da oben! Okay! Ist hier denn irgendwas noch so... Was ich wissen kann? Außer ein Dodo! Ich weiß nicht, ob ich sowas... 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 Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, ob ich sowas... Und heute ist auf jeden Fall gleich wieder... Oben ist mein Essen... Ja, mein Essen ist recht... Ich muss irgendwas töten, was ganz leicht... Ich hoff! So... Ich glaube das muss jetzt feuch sein... Oh ja! Oh yes! Essen geht auf jeden Fall sehr hoch... Ja, okay, bei 62... Jetzt müsste ich irgendein Cardi finden... Wenn man wegschnitzen könnte... Oder wir gucken auch mal wie er hat 31 Punkte hier. Gibt es hier hin? Irgend so was ist man hier? Oh, wir könnten uns ein Knüppel bauen. So, was braucht man dafür? Hier und... Holz brauche ich dafür und... Ja, ich glaube schon. Ich ist einfach so nah an. Au, ähm... Anni, ich meinte I. Fibber. Fibber habe ich jetzt. Ich habe kein Bild. Sag mal. Nö, natürlich nicht. Gut, dann brauche ich mal eben kurz was ab. So. Bin ich jetzt krach? Nö, ein krach. So. Ich könnte mir tatsächlich auch wieder eine Wand... äh, einen Boden bauen. Okay. Hier, ich könnte mir auch wieder so was bauen. Das ist jetzt Boden, oder? Ne. Ich brauche mal eine Wand. Wall. Wall. Hier in der Wall. Genau. Okay. So. Guck mal. Das ist hier. Ähm. Guck mal. 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 Kann nur was finden, da will ist der. Oha, dieses Pferden, der ist so komisch. Na gut. Ich lass, ich lass es lieber. ich will auf jeden fall ich brauche auf jeden fall leder sind hier auch boden auf der seite aber so ein kack kack links hier wenn ich mal kurz gucken ob hier irgendwas ist was man eventuell könnte aber sein dass die irgendwann so nahe kommen dass man das ist natürlich dann sehr blöd ich glaube wir machen in der nächsten folge auf jeden fall das mit dem knüppel hier dass wir hier irgendwie mit die nummer angreifen dass wir dann auch gewinnen damit wir auch ein bisschen tatsächlich ich sag mal jeder bei leder habe ich glaube ich sogar zusammen das kann ich für was braucht man leder hier wenn man da brauchen wir jetzt so viel man braucht bei leder müsste und man muss und kann es glaube ich gar nicht okay was kann man hier noch erst mal nichts ach so wenn ich wollte leidung leidung ist ja auch schon andere kleidung oh was ein karbonemi das ist geil wir können uns oben machen hier braucht man sogar nur ne wie war ist das dann früher her ist das von den bäumen und das hier ja das geht doch was würden wir in den in den fortschritten werden hier ohne steinschleuner ist aber ich glaube wir machen erst mal so ein leder mann hier für über und heilheit leder hierfür brauche ich auch nicht Leder, das war aber kein Leder, ne Fibber und Pfeil, Pfeil ist Leder, na gut, 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 das heißt, das können wir nicht machen, aber was wir machen, ist, um hier das einzubringen und auch für die Hände, so, wir haben zwei Wände, damit können wir auch eventuell ein bisschen was anfangen, nämlich neue Wände bauen, so, ne, nicht zwei, sondern vier, so, bam, okay, ja, gut, ich glaube, wir sollten auch mal tatsächlich eventuell eine neue Kiste machen, allerdings weiß ich gar nicht mehr, wie die geht, müssen wir hier, brauchen wir Fibber, Edge, 20 und Holz, einfach nur, Fibber, kriegen wir her, so, Fibber habe ich jetzt, Fibber habe ich jetzt, jetzt freue ich mich mal kurz hier was, ähm, Dash, genau, aber ich weiß tatsächlich nicht, wie man das ausspricht, so, gehen wir hier mal hin und jetzt, ich weiß nicht, wie viel brauchen wir, ich weiß nicht, wie viel brauchen wir, na, 20 ist es, fehlt noch, ich bin hier, so, perfekt, jetzt habe ich alles, um keine neue Kiste zu machen, aber kann ich ein paar Dinge rein, so, wir können dann auch wieder wenden, auch mal hier eben, so, da, eine neue Kiste und eine neue Kiste, die kommt tatsächlich, hier hin, so, und eine neue Kiste, die kommt tatsächlich, hier hin, äh, hier hin, so, da können wir nämlich beispielsweise jetzt so ein Rotz hier reinpacken, so, auch mal hier diese zwei Stücke, ganz gut, oh ja, und Holz, Holz lagern wir auch, so, hier, ihr könnt jetzt mal gucken, was wir hier noch das kann beispielsweise da rein, dann können wir ja nicht da rein, aber die hier, in der Akropäne sind das wirklich, hier auch, laufen die nicht eigentlich ab? Ach, keine Ahnung, ähm, dann hier ein Metall, jetzt habe ich sogar schon fünf Metalldinger, dann hier, ähm, was ist das, ich weiß nicht, warum ich das hier nicht sehen kann, weil, ich frage mich, warum ich das nicht sehen kann, hm, Steine kann ich doch rein, ne? Gehen wir ja nicht rein, oder? Nee, mehr geht ja auch nicht rein, ne? Jetzt müssen wir das Thema also da rein, so, Ja, das ist ja auch, ich hab nicht, hm, was, was hier ist, so, hier noch drauf, und das kommt. Ich denke, in der nächsten Folge machen wir dann hier auch ein bisschen die Base weiter, und suchen auf jeden Fall Weder. Ich kann jetzt noch mal kurz gucken, aber die Folge, die steht tatsächlich schon 15 Minuten, ähm, eigentlich schon, wird über mein Ding, und daher werde ich wahrscheinlich jetzt hier erstmal weiter gucken. Seht ihr auf jeden Fall hinten dieses Pferd und diese Schildkröde, die auch immer herkommt. Eventuell seid ihr, die, das ist nicht mein Ding. So, aber was ich noch mal kurz gucken will, ist, ob wir jetzt hier, ja, okay, die könnten uns die Steinschleuder machen, und die Bohler, die könnt ihr auch, ne? Bohler. Das kommt euch ganz gut, wenn man Leute, äh, wenn man die so ein bisschen Parasau, ne? hallo denn ich will aber erst was sagen das war es mit dem video wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein abo und kommentar da schaut euch immer vorbei der ist in der video schon verlinkt wenn ich keine drauf ab und trommel vor drei nütze Ja.